Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen meine Damen und Herren, mein Name ist Gerald Bast, ich bin der Rektor der Universität für Angewandte Kunst und freue mich, Sie hier bei der Fashion Show der Modeklasse der Angewandten zu begrüßen, wie jedes Jahr ein Highlight für diese Stadt, ein Highlight der Modeszene. Die Modeklasse der Angewandten ist ja mit dieser Show mit dabei bei den, kann man wohl sagen, wichtigsten internationalen Mode-Events für junge, talentierte Designerinnen und Designer. Jetzt kommt das Auto noch mal vorbei. Das war jetzt die Ehrenrunde. Ich begrüße ganz herzlich die Mitglieder unserer internationalen Jury. A very warm welcome to the members of our international jury for this Fashion Show for the Diploma Works for our students. Thank you for joining us, thank you for coming to Vienna. I hope you will have and see a great show and you will tell the world, what is happening in Vienna. Ich begrüße ganz herzlich, stellvertretend für viele Personen, die ich begrüßen könnte, sollte, ich beschränke mich auf einige wenige, den Vorsitzenden des Universitätsrats der Universität für Angewandte Kunst, Herrn Diplom-Ingenär Thomas Jakubek, herzlich willkommen. Bettina Leidl, die Geschäftsführerin von Departure der Kreativagentur der Stadt Wien. Ich weiß nicht, wo sie ist. Norbert Kettner, auch allseits bekannt in der Kreativszene, Chef des Wien-Tourismus. Er hat etwas zustande gebracht, das muss man auch einmal sagen. Und das wird mir immer wieder erzählt, das Image dieser Stadt zu drehen, von einer Fokussierung auf Tradition, auf Geschichte, was zweifellos wichtig ist, hin zu einer vibrierenden Stadt, in der auch Kunst, zeitgenössische Kunst einen ganz wichtigen Platz einnimmt und diese Stadt am Leben hält. Danke Norbert Kettner. Und ein herzliches Willkommen auch an Ministerialer Zeitz vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. Herzlich willkommen. Vielen Personen, Institutionen ist zu danken, die durch ihre Unterstützung, insbesondere durch Sach- und Geld-Sponsoring es möglich gemacht haben, dass diese Show so zustande kommt, wie wir sie heute sehen werden. Hauptsponsor, dank wiederum, wie jedes Jahr, schon seit vielen Jahren, Wirtschaftskammer Wien, Creative Space. Dank an die Medienpartner, Austrian Fashion Net, der Standard, Diva, Indie Magazine, Infoscreen und ORF Ö1, einem ganz großartigen, unvergleichlichen Kultursender, wie ihn nur wenige Länder noch haben. Ein besonderer Dank geht an einen neuen Partner dieser Show heuer, der gleichzeitig eine der wichtigsten Plattformen für zeitgenössische Mode ist, Not Just a Label. und dieser Partner, der hat es auch zustande gebracht, dass wir alle hier und das, was wir sehen werden, in Wien, in Österreich, auf der ganzen Welt, wir Livestream miterlebt werden kann. Vielen Dank an Not Just a Label. Ja, die vielen weiteren Partner und Sponsoren werden Sie dann noch zu verschiedenen Zeiten auf unserem Screen sehen. Ein herzliches Dankeschön an alle großen und kleinen Unterstützer. Die Studierenden haben es wirklich schwer und Sie werden sehen, was es bedeutet, eine Show in dieser Dimension zu machen. Das bedeutet natürlich viel Arbeit, viel Kreativität, ein ganzes Jahr Konzentration, aber auch Unterstützung, Materialunterstützung. Das ist ganz, ganz wichtig und alle, die uns hier unterstützen, allen sei gedankt. Ein Dank am Schluss, aber nicht zuletzt den Studierenden der Modeklasse. Sie haben wieder einmal ein Jahr der Konzentration, der harten Arbeit, die fulminant sich gesteigert hat in den letzten Wochen und Monaten. Da ist das Licht Tag und in der Nacht nicht ausgegangen, wie jedes Jahr wird bis zum letzten Abdruck gearbeitet. Und ich bin sicher, es wird eine großartige Show. Dank an Bernhard Wilhelm. Es ist heuer seine vierte Show, die er betreut hat, die unter seiner Leitung der Modeklasse stattfindet. Und an sein großartiges Team und letztlich auch noch Dank an unsere Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement. Sie haben das Ambiente geschaffen, dass Sie alle erfahren, was hier heute los ist. So, jetzt, wie jedes Jahr am Beginn der Show, gibt es Preise zu verleihen. Und ich bitte als Erste Ute Schumacher zu mir, Vice President Trend and Design von Swarovski Elements. Liebe Frau Schumacher, auch Ihnen sei natürlich gedankt, wir alle wissen, wie wichtig für Universitäten die Kontakte, die Zusammenarbeit mit der Industrie, insbesondere mit der modeaffinen Industrie ist, aber ist es nicht auch für die Industrie unverzichtbar, den Kontakt mit Kunstuniversitäten zu halten, um ihre Innovationskraft zu erweitern oder zu behalten? Das war jetzt eine Suggestivfrage. Liebe Wienerinnen und liebe Wiener, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Herr Bast. Ich möchte gerne auf Ihre Frage antworten. Swarovski macht weltweit Nachwuchsförderungen an vielen internationalen Designhochschulen. In Israel, in Amerika, in Italien, in Frankreich. Und wir sind auch Hauptsponsoren bei großen Nachwuchswettbewerben, bekannt als hier in Frankreich und ITZ in Italien. Für mich war es unheimlich spannend in den letzten Wochen mit den ganzen jungen Designtalenten international, wenn wir Jury-Sitzungen hatten, Interviews zu führen, Ihnen zuzuhören, was Ihre Gedanken sind zur Kreativität, wie Sie Ihre Zukunft sehen, was Ihre Träume, Ihre Wünsche und Ihre Hoffnungen sind. Und natürlich ist es enorm wichtig, dass die Industrie Plattformen bietet für junge Designtalente oder für junge Modetalente, um sozusagen sich im nächsten Schritt weiterzuentwickeln. Deswegen ist es uns sehr, sehr wichtig, mit Hochschulen weltweit zusammenzuarbeiten, zuzuhören, zu lernen und gleichzeitig fördern und zu unterstützen. Und ich muss ein Kompliment an die Angewandte in Wien geben, was ich so in den Interviews vorab gesehen und gehört habe, ist auf einem sehr hohen Niveau, hat mich sehr beeindruckt. Danke für das Kompliment, das den jungen Damen und Herren Backstage gilt. Jetzt geht es darum, einen Preis zu verleihen, den Swarovski Elements Award. Preis gilt 3.000 Euro und der Preis geht an Stella Achenbach. Wo ist Stella Achenbach? Stella Achenbach hat sich in ganz innovativer und ganz spannender Weise mit dem Material Kristall auseinandergesetzt und das hat uns sehr beeindruckt. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Vielen, vielen Dank. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Danke Frau Schumacher. Wie seit vielen Jahren hat auch der Textilverband Schweiz wieder einen Preis zur Verfügung gestellt. Gutschein über Stoffe im Wert von 1.000 Euro. Und die Preisträgerin dafür ist Anna-Sophie Berger. Anna-Sophie Berger. Ein symbolischer Scheck. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Fred Adelmüller, eine Wiener Modeinstitution, hat der Angewandten, an der er auch gelehrt hat, ein Vermächtnis gemacht. Und aus dieser Stiftung, aus seinem Nachlass, vergeben wir jedes Jahr Stipendien an Studierende. Die Bankenzinsentwicklung führt leider dazu, dass die Erlöse aus dieser Stiftung immer weniger werden. Das muss man auch einmal sagen. Leider werden nur Banken gerettet und nicht Kulturstiftungen. Aber es sind immerhin 2.800 Euro, die vergeben werden an zwei Studierende der Modeklasse. Heuer an Isis Platz und Anna Schwarz. Viel Erfolg weiterhin und alles Gute für die Show. Auch das Indie-Magazin ist wieder dabei, im Reigen der Preisstifter. Und für das Indie-Magazin darf ich jetzt Juliane Buchreuthner, Senior Editor des Indie-Magazin und Daniela Billi, Archdirector vom Indie-Magazin, zu mir bitten. Guten Abend. Guten Abend mit Raust hier. Ja, das Indie-Magazin hat die Publikation einer herausragenden Kollektion geehrt. Und warum macht das Indie-Magazin das immer wieder? Ja, wir finden es eine großartige Sache, junge Designer zu fördern. Und das, was man hier jedes Jahr zu sehen bekommt, ist schon ganz außergewöhnlich. Und ja, jetzt haben wir uns auch dieses Jahr wieder für eine besondere Kollektion entschieden, die dann Platz in unserer Publikation findet. Und der Preis geht diesmal an Emil Beindl und Markus Binder. Emil Beindl und Markus Binder. Vielen Dank an das Indie-Magazin. Und am Schluss dieses Preisreigens kommt der Rondo-Füsslauer-Modepreis. Und ich darf Herrn Stefan Hilbold auch dieses Jahr wieder zu mir bitten vom Standard-Rondo. Einen guten Abend. Bitte, Herr Hilbold, ich übergebe Ihnen das Mikrofon. Ja, danke. Es ist ja schon eine schöne Tradition, dass wir jährlich einen Modepreis vergeben, der einerseits mit 3.000 Euro dotiert ist und andererseits mit einer Strecke im morgigen Rondo. Heuer ist es das erste Mal, dass wir uns für zwei Designer entschieden haben. Ich habe gehört, das ist das erste Mal in der Geschichte der Angewandten, dass zwei Designer auch zusammen eine Kollektion gemacht haben. Ich finde, das ist eine gute Idee. Der Preis geht auch an Markus Binder und Emil Beindl. Noch einmal Markus Binder und Emil Beindl. So, und jetzt geht es richtig los. Show up, alles Gute den Designerinnen und Designern und Ihnen viel Vergnügen und einen schönen Abend. Applaus Er wird das ja noch ein день. Ja, jetzt muss ich auch ein bisschen viel Vergnügen auch an Spaß, dass einmal mit einemHEN Kern hier �ll flingend aufst Okay, bitte? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Applaus Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.